Sie haben die Fans glücklich gemacht, wie zufrieden sind sie, ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Durchgang, das Ziel war auf meinem besten Niveau Ski zu fahren, schon im ersten Durchgang bei jedem Tour anzugreifen und viel Spaß zu haben, vor allem mit Start Nummer 1 und ich glaube es wird ein großer Fight im zweiten Durchgang und darauf freue ich mich.